So, wo waren wir? Oh, da sind Schlachtkreuze. Ob die mittlerweile einen Zerg angeschleppt haben da? Von wem? Von uns. Von uns? Von da. Gewiss. Gewiss. Yo, was geht denn hier? Das können wir aber nicht tun. Oh, nein, 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 sofort wieder ins Wasser. Nope. Nope. Oh, da bist du. Oh, das kann so. Pass auf, auf. Ja, sowas von. Ich war sofort auf... Ah, hier links, können wir hin. Wieso ist hier jetzt auch noch auf... Ach so, das wird ja immer besser. Habe ich eben ganz verrafft, der Kommi. Der ist durchs Wormtor rein, während die andere Wand dahinten offen war. Hat dann verrafft, dass die innere Wand fast offen war und wollte da ans Tor. Und hat das jetzt auch nicht geschafft. Gut fucking Job. Hast du gesehen, wie viele das waren von uns? Naja. Ja, das ist schon ein bisschen peinlich, was da jetzt abgelaufen ist. Hm, mal gucken. Wir gesellen uns mal dazu. Verschwinden in der Masse. Ja. Dabei stechen wir doch ein bisschen raus, weil wir die Shiny Boys sind. Oh, yes. Gibt es hier noch mehr Shiny Boys? Ja, da sehe ich einen. Du musst aber auch immer sagen, dass ein Ref immer Shiny ist mit seinem komischen Glimpkreis. Ja, voll. Mach dir da alles schlau, oder? Ja. Ich mag die Position hier nicht, muss ich sagen. Die kann man irgendwie... Die ist counterbar, wenn man hier keine Schildies baut. Ja. Aber vielleicht ist es besser als direkt an der Wand, weil die Mauer ist ja schon so lau. Ja, das stimmt. Ich glaube, direkt an der Wand ist es noch einfacher zu... ...schuldigung, Bruder. Aber wenigstens haben sie jetzt die Wand raus, ne? Hm. I'm proud. Okay, wir stechen doch raus, weil wir anscheinend die einzigen sind, die nicht im Squad sind. Ja. Oh, der ist der ganz schwarz, der Typ vor mir. Okay, doch, Mr. Sunbuck. Ja. Here we go. Flying through the sky. Ich warte darauf, dass... Maybe we should follow him. Oh, we get left behind. There is a lot of... Lots of... Schüssel mit orianischem Trüffel-Fleicheintopf left. Warte. Hier. Und ich würde das Zeug schon gerne essen. Jo, wo es gerade wieder an... Ich glaube, sie hätten doch besser beide Mauern aufgemacht. Nämlich die Cutters sind jetzt weg hinten. Jetzt können sie hier neue bauen und... Rauf gehen. Jo. Ich glaube, Abba ist uns hier... ...nein Hausnummer voraus. Das... Das verrecken sie an den Haien da unten. Woran ist der gestorben? Ja, der steppt doch noch. Der ist von der Gilde und... ...wird nicht aufgehoben. Von seiner Gilde. Die stehen hier und... ...versuchen das Ding aufzumachen. Oh, Mann, der ist gerellied. Die gehen down wie nix. Ey, was ist los? Boah, ich gehe auch fast down wie nix. Jo, komm, wir hauen ab. Das hat keinen Zweck. Boah, was funktioniert? Gingen wir denn? Achso, ich bin schon weggeportet. Oh, was denn? Was hast du getan? Ich habe den Part-Skill mal unter Wasser ausprobiert. Boah! 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 Was war das denn? Was war das? Was passiert? Was ist denn? Nee, alter Vater, ey. Hast du den gesehen? Hast du den Tempest unter Wasser gesehen, wie der weggegangen ist? Ja, der ging am Ende ultra schnell weg, dass er down war. Yo! Was geht ab? Ich... Nee, nee. Also, also, nee. Das habe ich... Nee, ich komme nicht... Ich komme nicht klar. Nee, ich bin... Ich muss mir gleich mal ein Skill durchlesen. Heilige Scheiße. Ich glaube, ich habe irgendeinen Bug. Okay, wir müssen Wasser finden. Auf geht's. Wir müssen... Nee. Ey, was war? Was war? Okay. Ich war auf Speer. Ja? Ich habe die Speer 2 gedrückt. Und wie wir wissen, haben die die Unterwasserfertigkeiten überarbeitet. Das heißt, irgendwas haben die daran kaputt gemacht. Ich habe... Mit dem... Ich muss nachgucken. Mit dem Speer... Wir sollten laufen... Wir sollten laufen, ja. Lass laufen. Lass laufen. Lass laufen. Ich... Ja, lass mal unter Wasser gucken gegen Gratis, das kann ja nicht sein. Wir locken die Gegner immer und unter Wasser kämpfen wollen. Ja, genau. Da kommst du aus dem Invis und tötzt er für alle. Ja, genau. Neuer Invis Messma OP, alles unter Wasser im BVB. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Strömt auf euren Gegner zu, wobei ihr unterwegs angreift und beim Erreichen eures Zieles einen Klonen erschafft. Okay. Der Schaden 2500. 2500 Base-Schaden hat das Ding. Das ist schon relativ hart, ne? Ja, aber es ist schon viel, aber das ist keine 9000. Aber das erklärt das nicht, ne? Naja. Vielleicht hatte der auch Vollistix Verwundbarkeit und war ein Full-Bersiele. Aber das wäre unlogisch für einen Tempest eigentlich, ne? Irgendwie die... Ja, wir kriegen die, äh... Guards rausgepressured, was nice ist. Pressure! Oh, die haben es vermerkt. Kann ich den aus der Luft holen? Ja! Ich kanns! Bleib mal hier, Boy. Oh, der Damage. Der heilige. Damage, heilige. Was war das? Oh. Ich glaub, die haben die Skills überarbeitet. Du kommst nicht davon. Junge. Der ist von Ill. Hyper-Damage! Das ist so lächerlich. Wem bist du grad am Jagen? Der ist so ein Toter-Eler. Ich hab gar nichts rauszuspringen. Oh. Ich fahr wieder zu dir. Oh, 10 Minuten. Ja, Risa. 10 Minuten gibt's ne neue Version. Das macht mich immer noch fertig. Hey, der sieht cool aus. Der eine Krieger da. Das Elona ist halt... Dings, irgendwas. Woho, nee, 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 nee. Da liegt ein Mädchen wieder so'n Scheiß. Fisch cool. Was ist unten los? Weiß nicht. Hab einen. Liegt der unten. What the fuck, was ist das denn grad? Das sind die? Das sind die? Oh, ich hab keinen Unterbrecher bereit. Der hat gefressen. Hm. Oh, der frisst auch so. Oh, noch ein Necro. Achtung, die könnten gleich pushen hier. Die sind grad Profile. Oh, nee. WTF? Wo bist du grad? Ah, du bist da draußen, ich kümmere zu dir. Der Krieger ist komisch. Oder ich bin komisch. Irgendwie... Keine Ahnung, keine Ahnung. Ist egal. Komm mal mit, komm mal mit. Da hier drin geht die richtig fette Action. Der Creaver, der sieht schon so aus, als wollte er nicht mehr lang stehen. Ja, da hinter mir war halt oben irgendwie die ganze Zeit so'n Waldi. Der hat mich echt fies weggeballert die ganze Zeit. Oh, der ist ganz tot. Arr, sie nutzen das Ausfall-Potar. Gucken, ob man die nicht ärgern kann, wenn die mit Low-HP hier vor der Stalk... Ja. Ja, schon. 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 Kann man ärgern. Ärgerbar. Oh. Ja, die gehen down. Ah, es ist leider eine Ehle. Oh. Ich geh auch down. Muss aufpassen, die Dinger ist ein Spike dahin. Der hier ist tot. Ah, die sind grad zu weit weg, als dass wir die ja wegmachen konnten. Ja. Ich hör nur an Karten, jetzt auf den Low. Oh, stimmt. Ich glaub die Bucht war immer soweit fast sicher. Das, was vor dem Tor stand vor einer Sekunde war nicht genug. Ah, Locke ist auch mit drin. Ja dann. Oh, ein Beutel. Zwei Beutel. Fuck, was hat mir so viel Scham gemacht grad? Was war denn hier? Der war ein Krieger, aber der hat mich gar nicht angegriffen und dann war ich halt tot. Also der ist einfach nur weggelaufen. Jo, sowas mag ich, ne?